So meine Freunde, ja herzlich willkommen zu einem Ankündigungsvideo, was ich schon echt lange Zeit machen wollte. Heute wird es mal ernst, heute habe ich etwas anzukündigen, was meinen kompletten Kanal und auch mein Leben verändern wird. Ja, für diese Entscheidung habe ich sehr, sehr lange nachgedacht und ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass ich nicht in Deutschland bleiben will. Also auf jeden Fall nicht fürs Erste. Mich hält momentan nichts mehr hier in Deutschland. Ich bin soweit mit allem fertig und bin so gesehen frei und habe mich aus dem Grund dazu entschieden, dass ich in der nächsten Zeit nach Australien gehen werde. Ich werde da so eine Art Work & Travel machen, generell ein bisschen reisen, mir immer alles anschauen, es gibt richtig coole Sachen. Am Ende vom Video haue ich euch noch einen kleinen Trailer rein und ja, das Ding ist einfach, ich will mehr von der Welt sehen. Ich will nicht länger hierbleiben, ich will einfach ein bisschen rumkommen. Ich bin so ein Mensch, mein Opa ist früher schon sehr viel gereist, war in Australien, der war in fast jedem Land, egal was ich frage, er war da einfach schon. Und ich will das später auch mal erzählen können. Ich will auch einfach viel reisen, ich will was von der Welt sehen, ich will nicht nur in Deutschland bleiben. Ich will nicht nur dieses normale System haben, aufstehen, arbeiten, gehen, nach Hause kommen, bla bla bla. Ich meine, da ist ja gar nichts gegen zu reden, das war, was meine Eltern auch gemacht haben und jeder andere auch. Aber das Problem ist halt einfach, ich will raus. Ich will ausbrechen aus diesem System und einfach so, ja, mein eigenes Ding machen. Und ja, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einfach nach Australien zu gehen. Ich denke, Australien ist ein super cooles Land, gerade auch für Deutsche, wegen Work and Travel und so ein Kram. Und ich werde da nicht alleine hingehen. Oh Gott, meine Augen tränen voll. So und ja, meine Freunde, ich werde da zusammen mit einer anderen Person hinfliegen für ein halbes Jahr oder so, steht halt noch nicht fest. Und wer diese Person ist, wird bald erst gelüftet, also jetzt noch nicht. Das dauert noch ein bisschen und da kommt aber noch mal ein extra Ankündigungsvideo zu. Ich kann euch so viel verraten, los geht's am 19. August. Da geht der Flug dann endlich los und ich bin so aufgeregt. Ich freue mich so krass. Und ja, Freunde, sowas kostet natürlich auch einiges. Wobei ich jetzt versucht habe, dass ich halt in den Ländern immer ein bisschen arbeiten gehe. Jetzt denke ich mal, auch eine coole Erfahrung, mal jeden Scheiß auszuprobieren, so Bananen zu pflücken oder so. Da denkt man sich wahrscheinlich jetzt, yo, wenn ich da immer am PC chill das und irgendwie auch schon chillige. Aber ich will sowas halt auch irgendwie mal machen. Ich werde einfach mal alles ausprobieren und mal ein bisschen was von der Welt entdecken, auch mal andere Kulturen und so ein Kram. Und da gehört teilweise halt so Arbeiten auch mal dazu. Und deswegen werde ich das auf jeden Fall auch machen. Und ja, ich hoffe, ihr begleitet mich da. Das wird eine echt verdammt geile Zeit. Aber keine Sorge, so Sachen wie Derkornflach werden auch so weitergehen. Ich vorproduziere so ein paar lustige Challenges mit Revi und keine Ahnung, wer da noch alles so dabei ist. Abgesehen davon werden uns auf unserer Reise noch ein paar mehr Leute begleiten. Besuchen kommen uns unter anderem eventuell Manuel von Broken Sums, Revi. Wollte, glaube ich, mit Dena vielleicht eventuell auch mal vorbeikommen. Vizka Barz hat auch schon gesagt, dass er gerne mal vorbeikommen würde. Wer natürlich am Ende jetzt vorbeikommt, steht noch nicht fest. Werden wir dann noch schauen. Aber ich freue mich echt mega auf die Zeit. Und ich dachte mir, es wird halt auch mal Zeit, euch Bescheid zu sagen. Das Ganze hatte ich jetzt schon locker ein halbes Jahr geplant. Also wir waren auf so einer Berufsmesse, damals mit der Schule. Und da war halt so ein Stand für Walking Travel. Und ich dachte mir, hey, das kannst du da mal ausprobieren. Und falls euch fragt, was das hier ist, das benutze ich als Mikrofon. Weil ich nicht ganz weiß, ob das Mikrofon hinten aufnimmt. Aber das sehen wir ja dann am Ende. Vielleicht nehme ich auch doch das Mikrofon. Auf jeden Fall. Wir haben eine Freunde, ich freue mich mega auf die Zeit. Und ich kann es einfach nicht mehr abwarten. Ich will jetzt schon los. Und ich würde mal sagen, Freunde, ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr dabei seid, wenn ihr mit am Start seid. Zeigt es mir auch mal mit einem Daumen nach oben. Und schreibt mir mal so ein paar Sachen in die Kommentare, wo ich hinreisen soll. Ich werde auf jeden Fall lange Zeit in Australien bleiben. Also mal locker drei Monate, halbes Jahr. Okay, das ist nicht lang. Aber es ist auf jeden Fall schon... Ich finde es lang, Mann. Keine Ahnung. Auf jeden Fall wird es echt eine verdammt geile Zeit. Ich will einfach mein Leben genießen. Mein Leben leben. Einfach so sein, wie ich bin. Und keine Ahnung, ich will einfach weg von hier. Und ja, Freunde, ich werde auf jeden Fall nach Neuseeland auch mal reinschnüffeln, wie es da aussieht, Thailand und Dubai wollen wir auch noch machen. Alles so auf dem Flug. Zu Australien wollen wir so ein paar Steps einlegen. Und ja, was wir genau geplant haben. Und wer dann am Ende noch dabei ist, werdet ihr auch noch erfahren. Aber das dann, ich glaube, so einen Monat vorher. Also so in ein, zwei Monaten werdet ihr das erfahren. Und dann würde ich sagen, Freunde, peace. Wir sehen uns beim nächsten Video. Und wenn es euch gefallen hat, wirklich, zeigt mir das mal mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr am Start seid, würde mich sehr, sehr freuen. Und dann würde ich sagen, macht's gut. Ciao. Ciao.